Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein bisschen weiter uns bewegen, da der dumme Wagen weg ist. Lass mal gucken, was wir machen können hier, bevor wir drumherum gehen. Hier dieses Platzdeckchen. Oh, ich wollte die Vision doch eigentlich gar nicht aktivieren. Ach, Platzdeckchen hat er wahrscheinlich als Start Vision dann genommen, das dumme Connect. Nichts, nichts. Ah, da haben wir was, die Erdnüsse gefunden, die wir geknuspert haben. Aber Erdnüsse essen, wenn man Kaugummi im Mund hat. Merkwürdig, okay, gucken wir uns den Sitz an. Äh, na gut, gehen wir noch weiter vor. Oh. Oh, Turbulenzen. Was ist los? Hm? 4,539? 4,540? Okay. There's something fishy going on here. Was? 5,540? Is there a problem? The west side window. The sun setting there, so that's the west. The west side window. The angle of the setting sun, that is the left side, in regard to our direction of travel. That window right there. That window made a noise, didn't it? You heard it, right? I have to inform Dr. Johnson. Going to Washington, D.C. by plane. Nonsense. Absolute nonsense. Okay. Yes, lightning. It'll blow an engine up this time, that's for sure. And what happens then, Mr. No problem? This plane won't be flying anymore. Do you agree with me now, right? This plane is going down! No. This plane didn't crash. What? Didn't crash? Didn't? How the fuck would you know that? What the hell do you think? Is there a problem, madam? This, this dumb shit here is fucking with me. I told him the noise the window was making is bad news. I told him! Well, madam, I'm sure you did. Oh, yes. Please allow me to handle this. It's unbelievable. Well, well, let me see now. Mr. Young, wasn't it? How am I... I have to admit. I didn't expect to ever see you again. I can't imagine why. It's outrageous. It's unbelievable. I will not do it. I will not just do it. No. This flight attendant seems to know me. I don't know if you were here when I met him, however. For me, our first meeting is a past that hasn't happened yet. Ah, I understand. Okay. You are quite the stubborn Mule. The type who won't stay dead, even if he gets killed, maybe. Oh, I wonder. Wieso? Why can I take your hand off? If you're going to cause trouble, I may have to eject you from the game. Trouble? Me? Ich doch nicht. Okay, jetzt verstehe ich... Jetzt verstehe ich zumindest... Sondern der Label hier zählt, oder? Duncan und Derek Buchanan. Ich bin ehrlich, ich weiß noch nicht, ob jeder von ihnen, wer ich nachher bin. Aber es gibt eine Bege, mit einem Raum für Verständnis. In der rechts, kleine Peggy. Also, ähm... Ich bin also tatsächlich ich selbst, aber der Grund, warum sich die Leute an mich erinnern können, wahrscheinlich in meiner eigenen Zukunft, irgendwann in einer späteren Episode, springe ich durch ein Memento in eine Zeit, die noch vor diesem Flug zurückliegt und da treffe ich die Person dann. Deshalb kennen die mich. Deshalb kennt mich der FBI-Mann und auch der komische Asthma- Flugbegleiter. Und ich sag euch nochmal, Asthma funktioniert nicht so. Man... Guck da nicht. Wie blöde. Ne, warte mal. Noch nicht zurück. Ah, was ist das, was ist das? Da seh ich's. Ähm... Na, komm. So. Mhm. Warum klebt das da hin? Na gut, dann lesen wir das Hockey-Magazin mal. Desaster for the Stanley Cup. Ach, Stanley Cup interessiert mich nicht. Hand. Ach komm, ich gebe auf. Hallo? Hallo? Ist die Xbox gerade abgestürzt, oder was? Okay. Hm. Ich glaube, die Xbox hat's gerade gefetzt. Ähm, dann sehen wir uns gleich wieder. Soll ich nicht wieder diese komische Zeitschrift lesen? Ah, das Lackage hat sich in den. Das, was die Fenster schreien. Oh. Oh mein. Okay, Leute. Ich bin... ...wieder... ...zurück. Ich hab' den... ...Spielstand neu geladen. Ah, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Warte mal, bevor... ...ich dann da durchgehe. Ich muss jetzt irgendeinen Weg finden... ...dass ich... ...den... Asthma-Man... ...dort ablenke. Nur... ...bevor ich das mache... ...möchte ich mich erstmal hier vernünftig umschauen. Also das ist die... ...die Verrückte. ...Filip Cheney. Oh, Gott. Oh, Gott. ...wenn ich das... ...wenn ich das... ...hier... ...zurecht. Warte mal, dann gehen wir aber raus. Mir... ...mauch ich von dir nichts zu wissen. Sein Inhalator. Warum nicht die Leute verstehen? Ich wollte mit dem Kissen reden, nicht mit ihr. Der Inhalator... Ach, ich kann's nur pushen. Okay. Der beruhigt ihn. Ich hab ein Kissen gedrückt. So. Credits. Stamina hab ich nicht mehr viel. Andere Seite. So, dann muss ich das nochmal machen. Der Metro M. Das ist der Subway in D.C. Und der BTA benutzt ein T-Symbol. Also dieses Ticket wurde in D.C. Keine Energie mehr. Oh, shit. Gut, ich stehe auf. Back. Ähm. Als erstes nach was... Ah, nach was zu essen suchen. Okay. Da wird was angezeigt. Guck mal, da vorne auch. Aber da kann ich noch nicht hin. Da ist was. Erdnüsse. Okay, Erdnüsse eins. Wasser. Guck. Ist nicht gerade gut besetzt, der Flug, ne? Okay. Was macht denn eine Katze dort? Okay. Oh? Ich kann... Ah! Amandas... Shop... Zweigstelle. Okay, ich glaube, ich muss ein bisschen Essen mal kaufen. Nein, nicht das. Ich wollte weiter. Müssen wir mal ein bisschen Geld ausgeben. Hamburger 270. Donut. Baked Beans. Ja, nehmen wir mal. Auch wenn es teuer ist, aber... Ach, er isst es sofort. Ich dachte, ich habe es irgendwo als Backup. Aber gut, naja, gut. Was bedeutet hier mit Live? Live habe ich aber voll, ne? Vision. Ist auch nicht so viel. Okay. Aber gut, können wir uns merken. Hallo? Das Umdrehen ist ein bisschen scheiße. So, ich möchte noch einen. Ach, guck mal. Sieh ich da Bananen? Nichts sieht aus dem Platz. Äh, außer dieser riesigen... Garnele? Okay. Hm. Ich will meine Vision hier auch nicht verwenden. Ich glaube, ich würde ja sehen, wenn da was wäre. Moment. Also. Ich muss den Flugbegleiter ablenken. Ich glaube, ich habe die Idee. Also die Emergency Door. Was ist das? This is not acceptable. This is... No, I will not. I can't take any more of this. You've heard it before, you know. Just... Wo ist die es doch? Was? Are you saying these window noises are all in my head? Are you dumb fuck? I thought you were a nice gentleman. You think I'm just some complainer? Some lawsuit seeker? Do you? This is completely unacceptable. COMPLETELY UNACCEPTABLE! Show me your nametag. Show it to me! Employee number D-3582? I've burnt it into my forebrain. Once I'm home, yes, I am going to sue you. And I have never been so mad in my life. But I... I'm just practicing what I preach. As you wish, madam. However, perhaps if we change your suit for you, I'm sure the sound of windows would not annoy you insane. And every... Hm? I... The seats are very fluffy too. That's a class? It is, madam. I could show you to your seat. One where I can't hear the windows... No nasty window noises in business. Well, I... If you'll just allow me to explain the procedure for your upgrade... I suppose... That could be... Okay... What? 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 But why? What? What is that? Tall man? Cedric mask? What the fuck? Yeah, exactly. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Holy shit. Ich hab voll die Angst. Um das nochmal zurückzudefinieren, bevor wir zu dem dahin gehen. Haben die jetzt nur so getan, als ob sie sich gegenseitig anstrengen, damit sie zum Poppen gehen können? Zur Business Class? Der Flugbegleiter und die Verrückte? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Also ich hab so ne Angst. Der sieht so scary aus. Kann ich hier was machen? Ne, das ist der Katzenladen. Ey, das umdrin ist wirklich scheiße hier. Okay. Das ist ein normales Messer. Kein Skalpel. Ja. Voll scary. Alter, Turbulenzen. Ey, genug schon. Wie lange hast du mir erwartet, mich zu warten? Okay, dann ist wohl für mich die Gelegenheit, jetzt den Typen zu besuchen. Hä? Ach da. Ach da. Ich glaube, ich muss da was machen. Komm schon, Mr. Young. Alter! Das ist ein Fakier! Nichts, du... Antonio Zapatero! Huh? Haha! You're this young I've been hearing so much about! Not like I'm gonna spill the slop on D, though. What bein' there for me? Hey, Papi! Haha! So how about you die, fucker? Dammit! Wait! Antonio Zapatero! There's no wait and stare intruder there! If you wanna know about D! Oh man! Go on a fucking investigation! Haha! Tango! Hand over your evidence! Whatever it is! I need it! Are you serious? Yeah! So silly! Then I'll just have to take it! By force! Hot beverage! Haha! Who D is! I'll... Holy fuck! What? What? If I really know? You'll what? Youngling! Bing-Gong! Oh! Oh my goodness! So gay! Oh nein! Die Puppe! Hey, things just got serious! Alter, im Baseball! Okay! Zepatero! I'm knocking this one out of the park! Okay! No hitting back at the picture! Alter! Ich hab' den so'n... This is how you use a Megaphone! Auge ausgebaseballed! Hey! Du Wichser! Tell me! My precious eye went flying! You fucking dumbass! Maybe! Okay! But that doesn't matter! What do you know about D? Tell me! Okay! Oh! That really hurt! I'm gonna kill you now! Okay! Ich drück dich! Ich drück dich! Ich drück dich! If you do have evidence! Then it might be a Memento! Aber ich sollte noch nach vorne! Ach so, mehr... Okay! So hand it over! Hand over! You're having it! Hohoho! Alter! Meine Kornjuwelen! Ich kann noch... Ich kann noch! Ich muss sagen, es ist ein großer Spaß! Alter! Okay, was? Ich greife! Okay! Was? Warum? Das Auge? Just... Wer bist du? Ich... Alter, wieso kommt denn... Wieso kommt denn Glitzer dort rein? What the fuck is going on there? Ich verstehe gar nichts mehr. Olivia? Hä? Alter, what the fuck? Wo sind sie hin? Alter, der ist immer noch da. Rabbit? The courier, he... vanished? Find all the evidence. Eight pieces remaining. Okay, wir werden nach den Beweismitteln suchen, aber nicht mehr in diesem Teil von Let's Play, D4, Dark Dreams Don't Die, sondern im darauffolgenden. Ich muss mich erstmal von dieser krassen Action Sequenz erholen. Ähm... Das macht voll Spaß. Also die Action-Teile, die Quicktime-Events sind easy genug, dass man jetzt bis auf diese Greifdinger... was einigermaßen alles schnell machen kann. Aber... ähm... nicht... oder zum Glück leicht genug, dass man auch noch auf die Action dahinter achten kann. Und ich hab... hab ich gerade mit dem Bein eines Manikerns, das... ähm... die Liebschaft eines verrückten Künstlers gewesen ist, einem... kubanischen Drogenhändler das Glasauge rausgebaseballt? Hab ich, ne? Bei diesem Fakt werden wir's erstmal hier. Wir sehen uns nächstes Mal. Bis dann.